sehr schön oh mein gott was hat uns alle geholt wie denn warum ich bin auch alle auf einen haufen was war das denn alter alter wir waren 3 gegen 1 was war das denn oh du bist so verrückt oh mein gott damit habe ich nicht gerechnet was so vieles oh mein gott wirst du verrückt soll ich jetzt nicht da wieder konzentrieren oh ich hoffe der bot liegt durch jetzt muss ich ja jetzt muss ich ja einen handstand machen jetzt muss ich ja hier einen richtig saftigen handstand machen wir sollen erst am platz werden jetzt hier 300 schade doch sehr schön so es werden wir 250 abgezogen aber hast dann noch 50 übrig also gönn dir etwas schönes hustos ein spiel hustos hab dich sehr lieb mein lieber erst mal hier alle leute jetzt macht man alle in den chat liebe meine freunde oh mein gott holo du dankeschön ja hast du hast ja gesagt würdest du mir dieses spiel rust sponsern aber ich bin noch am überlegen wo ich das hole ne ob auf playstation oder pc oh mein gott erst mal hier äh das muss ich kurz aufnehmen hier weil das ist die höchste spende die hundu jemals rausgehauen hat also in einem stream also hier 100er das war das allererste mal das müssen wir ja hier äh festhalten meine freunde das müssen wir ja hier er haut noch mal 10 mitgliedschaften raus holo du meine wüte ey lasst mir nicht so fertig aus leute hat nix mit boister zu tun das sind wir nicht so fertig oh mein gott holo duu erst mal den holo alert hier machen meine freunde äh emoji ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll du dankeschön vielen vielen dank auf jeden fall wenn du irgendeinen wunsch hast ich mach alles holo duu 474 haut 107 euro und 53 cent raus so es werden dir zwar 50 abgezogen aber hast dennoch 50 übrig also gönn dir mit dem etwas schönes wust hust ein spiel wust 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 habe dich sehr lieb mein l i e b e r wust wust sehr sehr schön dankeschön viel viel dank für die mega mega dicke spende einfach einfach wahnsinn einfach wahnsinn und dafür machen wir jetzt mal hier den ersten platz da bleibt mir auch schon die stimme weg oh mein gott oh mein gott Untertitelung des ZDF, 2020